hallo liebe freunde italienisch japanischer jrpgs oder was auch immer hier sind wir bei unserem neuen kleinen monsterjagd spielen das wohl nächstes jahr rauskommen wird und wir machen mal hier weiter jetzt unsere mission in dieser demo version ja wir müssen unseren neuen kleinen freund hier finden die hier aus alter wut darüber dass ein onkel ihm das falsche geschenk gemacht halt weggelaufen ist so vogel hier if you cross the fields you will find our beach take a swim for me if you have time aber nicht aber nicht in kein zeit wo bin ich denn hier müssen die runden nur hier war nur strand oder nicht nur das abend ist hier hier ist irgendwas als vier stückchen okay und andere kinder die den gesehen haben ah bis man da mal auf c kommt the strongest animal is toxic i'll no one can stop it yeah maybe the strongest but then we will always be the smartest and most terrifying you're still babies if you think that these characteristics make an animal the best uh-huh obviously what matters is cuteness in fact the best one is almyuna it's too cute okay also die haben jetzt keine große angst vor animons und kritisieren noch darüber welches von ihnen am hübschesten ist oder potion habe ich bekommen das ist oder unten noch oh wir müssen da unten hin ich glaube da habe ich ihn gesehen und diese animons er ist in gefahr sie haben ihn umzingelt wie komm ich da unten hin jetzt ey muss ich erstmal hier rumlatschen ist das nicht dasselbe wie eben ich glaube die haben nicht so viele Figuren die sind alle ein bisschen gleich aus teilweise boah hier ist eine latsche reich muss ich erstmal hier wieder hier rum so hier bei diesem spielplatz oder sportplatz oder was das ist oh hier ist auch schon wieder was what's that erotik herb okay ja ein bisschen kräuter für die pizza kann man immer gebrauchen was ist das hier war doch hier rechts irgendwo oder das ist glaube ich irgend so ein trainingsplatz oder sowas ah hier da haben wir noch gefunden oder komm ich hier rum ne shit komm ich jetzt hier rum jetzt hier durch also von oben ups was jetzt eek quest completed looking for ails eek fangen wir damit wieder an stupid beasts da bin ich umzingelt hey kid do you need a hand brauchst du ein bisschen Hilfe ahhh trey 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 help me help me help me be careful how can you not be afraid of them what the matter do you want me to leave you here alone no 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 ahhh this is the worst birthday ever wait no what do i do huh what did you bring that thing there is no real reason i wanted to force you to like it ah listen to me throw it at those monsters trust me it will work trey gameplay while playing as trey you can take a lot more actions you can battle against animons and try to catch them using the special object you got from ails present we have him now the schenke klaut and then we come now against animons to fight also we have him now we have him in the same way we have him in the same way we wanted to bring it to him by launching the special object and hitting an animon you will trigger a catch sequence by pressing the same button with the correct timing again multiple times you will increase the chances to perform a successful catch also er kann jetzt auch hey animons fangen oder was ah ok ah mit diesem gegenstand hey hallo ah they are gone finally are you ok eh ja ah i'm fine thanks a lot what is who the pull yourself together kid it's time to go back to your uncle and apologize for running away hey else ach der kommt jetzt auch noch oh ja are you ok are you hurt uncle pfff i'm sorry pfff nonsense i don't care about you apologize i want to know if you're ok i'm not hurt jay came and chased the animal away pfff oh thank heavens i saw you from the walk away up here and i ran right down i'm so happy that nothing serious happened hmm well now that your uncle is here i can go wait a moment huh oh right the little guy's gift that's not it do we have a place to go um actually no but i'll manage something nonsense you saved my nephew i can't let you stay without a roof over your head yeah it's already late at night and i don't think even the lavender den accepts customers anymore lavender den or what come stay at our house we have an extra bed available i have to go leere betten then tomorrow morning we'll discuss what to do calmly what do you think in fact i don't have much better ideas great let's go then else needs to rest okay okay mal ein bisschen pennen okay what a day i don't know who i am and don't know where i came from what should i do ja ich weiß nicht wer ich bin und ich weiß nicht woher ich komme was soll ich machen jetzt gibt's irgendeinen weg um meine erinnerung wiederzubekommen at least carpal and ale seems like nice people but i can stare here free loading it's better for me to try to sleep i hope the night brings advice hmm i couldn't fall asleep well it's morning i should go to talk to kapan oh good morning have you come down yeah thank you again i shouldn't have run away like that last night it's only thanks to you that i'm in one piece later i'll properly apologize to the uncle too don't you think you are exaggerating eh you're just a kid it's normal to react that way hmm even your uncle understands he does what he does because he loves you don't you realize he would much rather see you with a smile than listen to your apologies hmm do you know where your uncle is i would like to talk to him he's definitely in his laboratory you want to talk to him follow me hmm oh der rosten meiner arme wahrscheinlich unter dieses ding dass sie noch mal anderes sagen da sind der vogel das ist ja noch eins runter ich habe einmal hier oben so wie wir dieses haus haha sleif ox ein karl wird es noch oft für mich das ist viel zu schnell Uncle, do we have guests? Oh, look who's here. He's your nephew, right? Hey, if I'm not mistaken. That's my name, sir. Call me Max. Ha! I'm a Lumen, but I prefer you to call me by my first name. I'm conducting a really important experiment, and Max has been tasked with bringing me the specimens I need. The experiment was a success, so we have to thank him. Ha! No problem. Without the brain you have, we'd still be like our ancestors. And then I received some reports about the Scarlet Woods, so I just made a small detail. Rather, who's just... Who is that young boy? He seems like a smart guy. Young boy? My name is Trey. What's up? Are you new around here? Well, I hope you will find yourself well. No, you must forgive me, but duty calls. See you! Okay. This is also a Lumen gewesen, an Animon-Jäger. Trey, have you recovered your memories? Then it's really your name. In fact, no. Um, what's a shame. Well, without a name, it's so difficult to communicate, isn't it? It might as well call myself Trey. I don't remember anything, but you have welcomed me. Using the name you gave me, it seems like the less I can do. Well, I wanted to ask you what you wanted to talk me about last night. Hmm. Else, we're about to go to the end space. Do you want to come too? Do you want to go to this virtual room? Oh. Thanks for the invite, but I have to check Mocha. I'll go see if all right. You go ahead. Er krümmelt sich wieder. Hmm. It's better this way. Trey, you have to know I've been thinking a lot about what to do. I watched the whole scene last night. You used the holocan to stop those animon in a masterful way. Wir haben dann drei Mausklicks gemacht, mein Gott. Holocan? What is that? The holocan is that object similar to a yo-yo that I gave to Ails. Ah, dieses wundekleine Ding. It's a tool that the Lumen used to fight and ally with the animon. And since I imagine you don't even know what the Lumen are. They are a kind of city guard who are responsible for keeping wild animon in check and more. People laugh and worship them as heroes. Though that guy earlier was a Lumen, he did give a completely different feel. And I think Ails doesn't want to become one only because he hates animon. To the point, I'm trying with all my might to make him get over his fear, but with little success. That's why I wanted to make you an offer. Let me explain from the beginning. Chalia has been divided into two parts for decades now. On the southern side, the Inherbitants are fanatics of tradition. They aberrate anything that may go against their decades' old teachings. At the northern side, one on the other hand, technology and progress reign supreme. For them, there is nothing more important. You understand where I am going, right? But share key characteristics with both. You have an abnormal mastery of the Huracan, just like the southern inhabitants. And your pieces are technology advanced. Only in the north could produce pieces like that. Having said that, what do you think about trying to become a Lumen? Eh? Forgive me, I don't understand the connection. In addition to being guards, Lumen also compete against each other. This means that you are considered VIPs all over Chalia. Your situation is really strange and I don't think ordinary people know anything about it. If I could ask the higher-ups, everything would change. It's a good starting point, isn't it? All Lumen have at least one Animon, but you don't have one yet. But fortunately, I just received five great specimens a little while ago. I can give you one without any problem. But why all this? I can't understand what you gain by helping me so much. Initially it was pure curiosity, but then I saw how you interact with Ailes. You know, that child isn't exactly outgoing. He has very few friends for his age and then there's his fear of Animons. I would like to ask you to help me get Ailes out of his shell. I know this should be my job, but I have a feeling that you are more suited than me to do this. What do you think? Of course, I'll help you gather information on the two factions and became a Lumen. You might not believe it, but my son has become quite a big shot. Well, I don't think I have much choice. At least it's a starting point. What a great muse. Good. No time to waste. Let's go to the Anispace. What kind of place is this? I feel strange. Oh, you will get used to it quickly. This is the Anispace. It's a place that exists and doesn't exist at the same time. Ach ja, okay. Ein Platz, der existiert und nicht existiert. Ja, warum nicht? What? I know it can sound strange, but it's true. At this moment, we are technically in my laboratory, but at the same time not. Aha. The Anispace is a space completely detached from the world as we know it and it's full of the energy that makes up Anemon. When Lumens capture an Anemon, it's sent it to this space. No one has ever been able to set food in the Anispace until now. I've spent years perfecting this technology, but it seems to be working great. The only thing I left for me confirmed was the possibility of sending Anemon to specific places in the Anispace. But thanks to the species that Max brought me, this has also been established. Of course, there are no one or two things to fix, but this remains an epochal discovery. So I'm giving out and we're going to have two Kleinigkeiten or so noch reparieren and then it's all okay. And that's probably the most important things. Think about it. Every Lumens could have its own base within this place. It could form stronger bonds with the Anemon it captured. I think I'm getting dizzy. Oh, excuse me. I got carried away. What matters is that I can give you your first Anemon. And look. There are five to choose from. Also wir können jetzt aus fünf Anemons auswählen, die ihnen dann sozusagen ständig als Begleiter gehören. Oder wie. And now the choice is yours. If you want to know what I think, you should choose the red platform. The Furo-Anemon will find it's the one most suitable for you in my opinion. Furo. Also soll man das jetzt machen? Okay. Was ist das denn? You can see a merge of what on the other. You feel anger perverting your body suddenly. Oh, das ist zu schnell. Do you want to proceed? Ich habe überhaupt nichts lesen können so schnell ist das. Also so sieht diese Anemon aus. Sie hat bestimmte Eigenschaften und jeder hat wahrscheinlich andere Eigenschaften. Wait. What's happening? Even though they are harmless, anyone that Max brought me aren't easily tamed. You may have to show them your worth for them to decide to come with you. After all, you would either fight alongside someone you don't trust. That's why I let you use my Lampeco. We've been partners for years now, but I can't let it out when Ailes is at home. Aber er hat auch einen Anemon, aber er kann das nicht zeigen, wenn Ailes da ist, damit er keine Angst kriegt. Okay. So, this is a sort of a test, I see. Be careful. Okay. Muss ich jetzt machen? Das ist jetzt der Anemon. Sie! Hallo? Ups. Aha. Das ist Lampeco und unser heißt Ocelash. Muss ich nicht. Level 5, Level 4. Was können die denn? Das kann ich alles nicht nutzen. Die können also... Aha. Die können die jetzt erstmal angreifen mit einem... Was macht der jetzt? Hui! Steht nur ein Schlagversetter. wie es aussieht. Können wir uns ja mal versuchen zu heilen oder so. Okay, wir haben Schaden gemacht. Was war das jetzt? See? Flop. Oh, und jetzt? Where did it go? What did that Anemon have? It disappeared suddenly? Maybe it ran away? Can I choose another one? Hm? What are you talking about? The Anemon link is right there inside one of your billiards. Billiards? Oh, how silly. I forgot the most important part. I forgot the most important part. Yeah, we immer. When an Anemon becomes your companion, it's sent somewhere in any space. After this appearing, the Anemon creates an Anemon link inside the billiard, with which you can capture it to allow you to recall it when you need it. The billiards are those small blue spheres, similar to marbles, that can be inserted into the hurrican. Normally, a lumen should throw the hurrican at the Anemon to capture them with the billiards. Apparently, however, your little friend decided to join you of his own accord. Intuition did not devise me, but you truly have something special. Wow, so little guy took a licking to me. And now what should I do to become a lumen? One of the most important abilities of lumens is knowing how to fight with Anemon. I imagine that to obtain that Anemon, you should already know something about it. But to make sure of your abilities, I will make you fight against my lampeco. Get ready. Okay, the battles. There are a lot more that goes into battles. By doing a permanent command, you will be able to change with Anemon. Okay. Inspect window. Ah, now we have more information. Buffs, defense, okay. Buffs, defense, okay. Das ist dann noch ein bisschen komplizierter. Oha, ich habe mich gehauen. Was will ich denn hier machen? Ah ja, dann kann man das auswählen, ob man den gegen den anderen austauschen möchte. Okay. Kann man Items benutzen, wenn man sie hat? Ähm, Medizin. Kann ich das benutzen? Ah, damit kann ich ihn heilen. Okay. Also jetzt einen Elektroschlag und einfach nur so einen Schlag. Können wir das mal machen? Zipp. Oh, da hat man sehr viel Schaden gemacht. So, er heilt sich jetzt. Okay. Können wir jetzt mal eine normale Attacke machen. Oh, damit haben wir Lampeco fast schon beseitigt hier. Was ist das? Lampeco can fight anymore. Ah, ah, you are truly astounding, äh, you know. You and that animal are already in tune, almost if you were made for each other. Ja, wir sind wie füreinander gemacht. Get them back to us, it's time to go back. Ailes will think we disappeared somewhere. Ah, also wir haben jetzt einen Animon und der ist in diesem kleinen Jojo jetzt drin. Und den kann man dann auch andere Animons fangen, wie mit so einer Geisterfalle, wie dann mit Ghostbusters. Okay. Und wenn man dann genug von den Dingern hat und die vertrauen einem, kann man sie dann untereinander austauschen während dieser Kämpfe und, äh, ja, dann haben wir verschiedene Werte und was weiß ich. Okay. And here we are. It might take you some time to get back to normal, so don't worry. You took your time. How did Trey last so long? Just thinking about the place gives me the creeps. Ah, Trey really has something special, don't you think? He has already made friends with an Animon. If this isn't destiny, I don't know what it is. Um. Right. Else, why don't you take Trey for a tour of Iris Hamlet? Wait. Is there anything else you need to explain to me? I don't think being a tourist will help me right now. Naja, vielleicht schon. Du kennst es hier ähnliche aus. Come on, come on. They are all the time in the world. Besides, some of the citizens might know something about you, don't you think? And also, this is a great opportunity to make friends with the Animon. Did I miss something? I can't keep up with the conversation. Don't worry. Trey asked me something about his spare parts. But don't get me lost in chitchat. What matters is that I have guests some coming. Certainly, you don't want to stay here and listen to a boring discussion. Ugh. Iris Hamlet is not too big. If we hurry, we should back soon. Let's go all nuts and not think about it anymore. Single stop and you can go back to your business. Well said, Ails. Take a nice walk around the city. And don't forget, if someone asks for help, don't leave them unattended. After all, who knows what could bring you information? Trey, take these. They might come in handy. Hmm. A tourist point of view. An annoying quest. Illumintails and characters might ask for help something. Sometimes, their requests will often trigger quests that can give rewards or give out precious pieces of information. Aha. While a quest is in progress, sometimes you will be given information about locations related to that quest. By opening the map, some circles with a quest icon will appear. Okay. Also, wir finden das dann noch auf der Karte, wo wir da hin müssen. Gut. Also, wir können jetzt noch ein bisschen die Stadt erkunden, kann man sagen. Und ein bisschen über uns selbst herausfinden. Okay. Ails geht nicht mit. Ich dachte, wir gehen zusammen. Aber okay. The Overworld. Wir können hier also auch den Holo-Can einsetzen. Oder wie? Hm. Aha. So, hier leuchtende Jojo. So kann ich gedrückt halten. Maus-Taste gedrückt halten. Dann kann ich besser zielen. Sonst macht er nur da, wo ich, wo gerade steht. Ach so. Das ist natürlich doof. Weil wenn er nur in die Richtung, wo er läuft, kann er dann schießen. Aber wenn ich die Maus gedrückt halte, kann ich zielen. Okay. Dann muss man sich dran gewöhnen. Uiuiui. So. Wo machen wir denn was? Wir sind hier. Wir müssen uns hier zu diesem Brunnen. Da ist irgendwo jemand, der was will. Floral Fountain. A tourist point of view. Das gehört alles zu unserer Mission. Quests. Looking for else. Haben wir erledigt. Okay. Ah ja. Hier ist Ocelash. Hier haben wir jetzt so ein bisschen Infos. Das ist Animal. Das ist eher zum Furor-Typ. Also eher dieser temperamentvolle. Hat elektrische Fähigkeiten. Und ist eher so ausgerichteten Attacke, HP. Die Fans nicht so stark. Also eher so für den Angriff gut. Mhm. So. Wir müssen hier glaube ich nach oben irgendwie, ne? Flup, flup, flup. Ah, wer bist du hier? Ja. Ja, das ist schön. Ja, das stimmt. Wir müssen sich nur daran gewöhnen, dass man die Kammer eigentlich gar nicht steuern kann, ne? Ups. Was? Ich denke jetzt von selber immer. Dach. Es gibt's nicht elektrische. Ein Café hier, oder was? Die Lavender then serves a cup of coffee with a taste identical to that of Coralfi. Occasional. Ist das hier Italienisch? I don't know what you say. I don't understand you. So, was ist das hier? Ah, ist das hier ein Lokal, oder was? Okay. Nice. How are you? Oh, a new face! What brings you here? What might you be looking for in this humble café? Der Text ist wieder viel zu schnell. Esser Barton, hier Tales from, oder was weiß ich. Okay. Können wir noch mal mit dem reden? What sorts of drinks and goods? Okay. Na gut. Er sagt nur, dass er halt viel weiß. Aber mehr können wir jetzt nicht fragen. Aber die Texte sind ein bisschen zu schnell, teilweise. Ja, ja, ja. Komm, bla bla. Aus. Aus jetzt. Sitz. Was ist das hier? That cookie looks like a Dinuili tail. I want it. Äh. Das ist nicht mein Problem. So. Was steht da hier rum? Okay. Another round, please. Oder was immer das heißt? Hello and welcome to Lavender Den. Secretaria. Das ist noch nicht der Übersetzte in Englisch. Ist Italiano. You may sit in at the tables, but if you would like to take a room upstairs, I'm sorry to confirm that we are currently full. You apologize for the inconvenience. Okay. Nicola. Wow. Lavender Den has a lot of high quality wines. I really don't know which one to try. War song. Ahem. Komm mit der Tante hier reden. Mancino. In addition to being a talented bartender is also a very charming man. Oh. So lovely. Okay. Das ist also dieses Lokal hier. Sieht noch hier irgendjemanden anquatschen, oder? Alfredo. My son Mancino is the owner of Lavender Den and also a famous bartender in an island with Hamlet. When I was young, I worked hard so he could make his dream come true and now that I'm old, I can rest and watch my happy gaze just like I dreamt as a child. Wie schön. Äh, ja. Hübsch sieht sie echt aus, wenn wir mal sagen. Äh, du. Maria. What a mess! What a mess! Is everything all right, ma'am? I would like to prepare a scobra be jammed, but unfortunately I don't have any left. Ja, niemand hat hier dieses Zeug anschein. Apparently they are run out at the market too, so the only option is to go and pick some in the Scarlet Woods. With my weak legs I certainly would be able to get there. Aha. Handsome young man, would you give me a hand? You'd definitely be able to take them before me. Ja, natürlich machen wir das. Oh, what a relief! I'll wait for you here. Please get some juicy ones. Noch extra Wünsche. Kommen wir da hin. So, was haben wir denn nochmal hier auf der Map? Die Tante, da haben wir jetzt gerade angesprochen. Und hier ist noch jemand und hier draußen. Gut. ... Flupp, flupp, flupp. Flup, flupp, flupp! Du, 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 duuuu... Was hier in dieser Market? Ich geh'n die irgendwann einkaufen hier. Ich hab' gar kein Geld, oder? Fresh vegetables picked this morning the scarlet woods. Come on, beautiful people. Flippt man alles in diesen Wäldern, oder was? Eigentlich auch jemand. Ja, wahrscheinlich die zwei Vögel hier, oder? Those swell wings again. I told you to call someone to take care of them. No, and who would I have called? Lumens have better things to do than deal with a handful of pixies smelling. Well, do you think someone with an holokin will just appear out of nowhere to take care of them for them? At this rate, we'll not getting anywhere. If only someone would get rid of those damn pests. What do I have to do? What do I have to do? Trashy Rooks Some smell wing are stealing from garbage bins and dirty fighting Ares Hamlet all over. Go to the hideout in the scarlet woods and defeat them. Was sind denn smell wings? What are they? What are they? What are they? What are they? What are they doing? In this scarlet woods Na, da wo auch schon Ares rumgewuselt ist. Da kommen wir nochmal gucken, wie man hier mit diesen komischen Animons hier umgeht. Wir haben ja jetzt dieses wunderbare Gerät hier. Wop! So, den haben wir schon mal gefangen. Eeeh. das ist die steuerung ist ein kacke mit ihr das ist das nur mit der maus drehung machen können naja und sich dran gewöhnen das hat mich in ruhe ab und dann muss ich empfangen selber schuld kommen wir immer wieder die biester wir sehen ob ich den vorbeikommen und das andere gebiet hier gelatschen können hier ja 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 okay hier ist noch so ein kundes gehen die sparen regeln kann die kosten kaputt machen und ich kriege jetzt die drohne okay wenn man mit zitronen gehandelt hier ameisen 4 xp für jojo time oder mir erwischt das müssen wir gegen kämpfen ein smelving gegen unseren otzelas schule hat man aber auch ganz schön einen reingehauen das ist ja fies wir müssen erst mal eine verpassen zappen oh ok er hat sich jetzt auf ouch ich hab mein otzelasch kaputt gemacht jetzt kann ich einen anderen nehmen hä ok jetzt haben wir den ersetzt gegen einen von denen wir gefangen haben smelving can find anymore aha ich wusste gar nicht dass ich die gefangen haben auch einsetzen kann ich dachte die fange ich einfach nur und dann ist gut ok ok ich hab mir noch so einen ich hab mir noch so einen so können wir nochmal gegen den kämpfen ok die sind also ein bisschen mit vorsicht zu genießen die können diese ameisen überhaupt hm so erstmal heilung anwenden so müssen wir mal auf schaden über den später noch mal brauchen er halt und dann so gibt es eben schlotz weg ist er melodiker hat gewonnen so haben wir den auch besiegt dann können wir den auch noch uns schnappen hier sieht aus wie ein bild gewonnener Dodo Aua kann ich das mal wieder heilen mhm hey ich kann mich zusammen angreifen mhm mhm okay der ist ein bisschen fieser wenn wir den noch mal heilen können bevor er drauf geht okay noch mal vier hit points der macht noch mehr schaden als wir da heilen können okay melodiker ist out of order wir haben ja noch ein paar Reserven dann nehmen wir mal ihn hier das nächste Modell oh jetzt gibt es eben den blöden Vogel da mhm so das war's wir wollen dann ja noch also jetzt haben wir es okay jetzt 2 gegen 2 hm mhm 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 Ja, ist gut jetzt. Jetzt müssen wir mal wieder eine Attacke machen. Würde ein bisschen flotter gehen, finde ich. Zack, der ist jetzt weg. So, den haben wir beseitigt. Jetzt hält es 2 gegen 1. Das dürfte wohl zu schaffen sein. Können wir den eigentlich noch machen? Also können Items benutzen. Und fliehen. Das machen wir natürlich nicht. Ja komm, einmal noch. Gib's ihm! So. Smellwing can find anymore. So, den haben wir auch. Jetzt wirst wir noch genug haben, oder? So, jetzt können wir zu den anderen beiden Vögeln zurücklaufen. Dann kriegen wir gleich eine Questbelohnung. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich könnte es noch mal so einen schnappen. Okay, fängt man hier mit den Angriffen an. Interessant. So, Freunde. Sieht man eine fette Belohnung haben hier. Doodle, did I see? Someone took care of the smellwing. Could I have been a lumen? Anders geht nicht. Okay. So funktioniert das Ganze also. Okay. Uncles Commission. Gut. Hier haben wir jetzt beseitigt. Die Kiste hier. So, haben wir jetzt ganz viele von denen. Welche kleine Armee jetzt hier. Okay. Da hängt noch irgendwelchen Kram. Ah, das ist diese Sphäre, wo man das drin fängt. Wie ist da hier? Ja. Medizin. Naja, zum Heilen. Okay. Die haben wir auch für diese Animants benutzen können. Da gab es irgendwie keine Belohnung, oder? Okay. Na ja, ist auch egal. Ja. Nice, nice. So läuft das Ganze ab. Wir müssen jetzt also versuchen herauszufinden. Ja. Kennt denn jemand, was ist mit seinen Erinnerungen passiert? Und natürlich ist seine Mission dann hier die Welt zu retten. Um seine Erinnerungen zurückzukriegen. Und vielleicht die beiden verfeinerten Parteien wieder zusammen zu bekommen. Schätze ich mal. Schließlich ist er hier der Held in einem JRPG. In einem Rollenspiel. Und da gehört sich das so. Nicht wahr? Dazu haben wir dann noch diesen Aspekt wie in diesen Animants. Die sind so ein bisschen bekannt vorkommen wie diese anderen Animants, die mit P anfangen. Ne. Ähm. Kennt man ja so ein bisschen. Aber ganz nice gemacht. So von Optik, finde ich. Könnten sich vielleicht noch eine zweite Melodie zulegen. Weil die eine habe ich jetzt schon zu oft gehört. Und einige von den Figuren habe ich das Gefühl, die Sprites sind immer gleich aus. Wäre also ein bisschen mehr Abwechslung nicht schlecht. Aber gut. Das Spiel ist noch in einem frühen Stadium. Ist noch nicht alles fertig. Da muss man noch einiges dran machen. Aber so vom Spielprinzip ist schon mal relativ weit das Ganze. Natürlich war der Anfang hier relativ textlastig. Man weiß noch nicht. Was wollen die einem hier erzählen? Ähm. Vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Aber das ist auch nur eben eine Demo, wo man mal reinschauen kann. Omin, was hier einem überhaupt gefällt. So. Und ich finde optisch auf jeden Fall schon mal. Seht nice aus mit der Steuerung. Für mich. Ich bin jetzt kein Freund von Tastatursteuerung und solchen Spielen. Oder ich will auch nicht am PC mit dem Gamepad spielen. Weil dann kann ich mir gleich eine Xbox einschalten, wenn ich mit dem Gamepad spielen will. Also hier hätte man ruhig ein bisschen konsequenter auf Maussteuerung setzen können. Finde ich jetzt. Aber gut. Es hat mehr Programmieraufwand wahrscheinlich. Kann ich die kaputt machen? Tatsächlich. Wir haben noch so billiger Dingsbums gefunden. Die kann ich nicht einfangen. Okay. Na gut. Ist da noch so eine Tour, die ich kaputt machen kann? Ne. Okay. Ja. Jetzt können wir hier so ein bisschen rumrennen. Ein paar Sachen einfangen. Dann gucken wir mal, wie das hier vielleicht weiter geht. Also ich spiele da vielleicht noch ein bisschen rum. Für euch war das genug. Für so einen ersten Eindruck von diesem Spiel. Wie gesagt, das ist noch in der Mache. Das ist noch ein Kickstarter Projekt. Versucht gerade noch weitere Meilensteine zu erreichen, damit man mehr programmieren kann. Damit man neue Sachen reinkommt. Das könnt ihr euch alles auf Kickstarter angucken. Wenn ihr das Spaß macht, könnt ihr euch da auch einkaufen, sag ich jetzt mal. Aber wenn ihr was investiert, ihr kriegt ja dann das Spiel auch für den Preis. Weil sobald das erscheint, bekommt ihr dann einen Key dafür und könnt dann spielen. Und unterstützt natürlich auch die Macher dabei. Und ihr seid am Anfang, am Start schon direkt bei diesem Spiel mit drin. Muss man halt gucken, ob man das möchte, ob man sich das leisten kann. Aber ich finde das ganz nice so. Und ja, mal was Neues auszuprobieren. Warum nicht? Ich kenne diese Art Spiele jetzt nicht so sehr. Also solche Pokémon oder sowas ist mir komplett vorbeigegangen. Ich war auch nie so ein Konsolenkind und habe mit diesen ganzen Dingern gespielt. Das ist gar nichts so für mich gewesen. Da kenne ich mich da auch überhaupt nicht aus. Und schon ganz lustig zu sein. Hier, ich so ne Mühle. Wollen wir was machen? Knock. The Doors Lock ist das Special Lock. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal finden. Wahrscheinlich auch ne Quest oder sowas. Ja, auf jeden Fall sieht es aber sehr nice aus. Dieser Look aus 3D und 2D-Springs. Echt schön gemacht. Und ich hoffe, die machen hier schön weiter. Und es gibt ein ordentliches Spiel, wenn es mal fertig ist. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank für die Zuschauer. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder einen Kommentar. Was haltet ihr von diesem Spiel? Wäre das was für euch, wenn es fertig ist? Mögt ihr solche Art Spiele? Und ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ich spiele noch ein bisschen mit meinem Jojo. Doei.